Schauen wir auf die Situation, da kommt der Pass raus auf Pripp, die Hereingabe zu Nöte, da ist Kletzson, aus welchem Grund auch immer, steht er da sehr tief, rückt nicht raus, kreiert keine Abseitslinie und Mokhtari vollkommen frei. Also auf jeden Fall stimmt die Abstimmung zwischen den Verteidigern da nicht. Kletzson, der drei Meter vor dem Tor steht.